Nein! Nein! Was war das? Bruder, bitte geh in Deckung, ich brauch ne verdammte Weste. Der Don ist draußen. Ey, Bro. Wie viele? Donny, lauf, lauf, lauf! Du musst mich hier jetzt rausholen. Die sind mir ganz auf den Fersen, bitte. Komm, soffn, 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 soffn. Mach auf! Ich bin nicht drin! Mach die Scheiß auf! Mach die Scheiß auf! Mach die Scheiß auf! Mit Verschwarsch, mach auf hier! Wir sind weg, wir sind Richtung Hafen, wo die ganzen Lager sind. Nikolai, mach diese Scheißzählze auf! Nehm den Benzenhändler. Ich bin dein Onkel. Ich weiß. Was machst du? Wie geht's dir? Nächstes Jahr werden wir Leonie Hobbs nehmen. Wieso das? Weil sie ne kleine Ratte ist. Was willst du von mir? Schutzwesten, oder was? Nein, nein, ich hab alles. Ich wollte nur fragen, ob du vielleicht rauskriegen kannst, wo es nicht sein könnte. Weil sie mich achtmal als Bastard beleidigt hat. Was? Was? Garage, bis gleich. Ich brauche bis Sohle, bis Sohle, bis Sohle. Die schicken wir auch weg, oder? Buonasera! 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 Hallo mein Neffe, wie geht's? Wen willst du spalten? Wen willst du töten? Ich werde Leonie auseinandernehmen. Aha. Ich muss den auch so in Afrika nicht machen. Bitte. Kann ich dir gerne besorgen? Ich brauche auch was von dir noch. Müsst ihr schon los, oder was hackern? Was bekomme ich, wenn ich Leonie hier herhole? Du kriegst alles von mir. Ich geb dir eine Million. Es war 3 Stunden Psycho Luigi, man. Sonny, ich geb dir eine Million. So wichtig jetzt mir das. Wenn du sie für mich einst, wenn ich sie einpacken kann hier. Ich geb dir eine Million. Ich bin dabei. Warte, gib mir eine Minute. Ehre. Aber ich komm sowieso von der anderen Seite. Ich komm von unserer Seite. Zu meinem Haus, ich werde überfallen. Komm zu meinem Haus schnell. Ich werde aufgewacht. Ich werde überfallen. Schnell, schnell zu meinem Haus. Oh! Ganz klar, wir sind geäußt. Schnell! Steck da hin! Volkan, du musst raus! Steck ein! Nein! Volkan, ich ruf's, ich hol's gleich ab. Steck da hin, was geh's raus! Wir sind auch in 10 Sekunden da. Stopp! Ameneck, ich rass gleich aus. Fahr einfach, Digga! Ameneck! Fahr einfach, Digga! Jetzt blöde es. Entschuldigung, Alter! Links, rechts, äh, rechts war das hoch, gell? Scheiße, da hoch, gell? Da war's einer aus, scheiße. Kick da runter, lightet mich, lightet mich. Ich bin der Biss jetzt. Geradeaus! Jungs, lightet mich mal! Wir sind da raus, geradeaus, geradeaus. Grimper, bist du noch der Rechte? Links, 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 links. Digga, das kommt halt echt so spät wie die Fastnacht, Digga. Da knallt's doch bei jem im Garten, Alter! Wo seid ihr? Komm mal her jetzt, Alter! Links, langsam. Und, hab ihn. Nächster, rechts. Ihr habt Kops am Marsch. Ihr habt Kops am Marsch. Rechts! Jo, okay. Geradeaus! Idioten da, Alter! Wegen diesen Leads! Richtig! Ey, Uwe Osas, Alter! Rechts! Was ist hier los? Geradeaufgewacht, die waren nur mit vier Mann so. Wir haben Kops am Marsch! Wir haben Kops am Marsch! Wir haben Kops am Marsch! Startzwang! Wo, wo, wo? Ach man, Alter, wegen so ner Wichse! Wegen solchen Idioten! Einer ist tot auf jeden Fall, oder zwei auf jeden Fall. Ist offen! Wo genau um Kops? Immer noch Startzwang. Aber danke fürs Kamp. Alles gut jetzt hier, Kramp? Ja, wir waren nur zu zweit, ne? Auf einmal standen drei, vier Zevis, Alter. Mit Langwaffen hinter mir. Jungs, Staatsbank, Alter! Sie haben Kops am Marsch! Wir brauchen ein bisschen Staatsbank! Wir brauchen ein bisschen Staatsbank! Wegen solchen Mot Arkan ist Buchtel fucking Schmidt, Alter! Calls von dem, der verfolgt wird, bitte! Wir sind hier an der Staatsbank! Arkan, Alter! Die haben Albane! Echt? Nein! Oh mein Gott! Acht Kopfstreifen! Die stehen alle in meinem Kreis um Albane! Wir holen ihn jetzt raus! Ey, das ist Unwunder raus! Wir schaffen zu viele! Oh mein Gott! Ich bin auf die Pippen! Ach so, Achtung! Wir haben den Überraschungseffekt! Vergesst es nicht, Jungs! Was ist denn hier los? Ficken, Mann! Aber das muss schnell gehen, so! Ey, Jungs, ich denke jetzt... Kann ich mir jetzt mal hier sagen, was mit meinen Herrschaften los ist? Bist du drin? Boah, warum seid ihr eigentlich immer so Affen? Idioten, echt! Ich denke jetzt mit und holen Dietrich! Können wir die jetzt fetzen, oder was? Ich hole schon mal... Jungs, dann steigen wir draußen! Drei, zwei, eins, go, 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 go! Go, Jungs! Let's go! Von hinten! Wir ficken die von hinten! Jawohl! I am down! Weiter! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Nächster down! Komm! Ficken! Ficken! Ja! 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 Wir müssen weiter vor pushen! Kommt vor, Jungs! Kommt vor, Jungs! Kommt vor! Kommt vor! Kommt! Die sind hier rechts in der Gasse drin! Hit out! Deiner, hit out! Weiter! Die teure Masken auf! Die teure Masken auf! Lass dich Leute nicht alleine los! Push links die Straße weiter! Links die Straße! Links die Straße! Links die Straße runter! Auf geht's! Die Straße runter! Links die Straße! Komm, 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 komm! Beim Dealer! Genau beim Dealer! Render in die Olga! Jetzt einer hinterm weißen Burrito! Weiter in die Gasse da rein! In die Gasse da rein! Die rennen da hinten nach raus, glaube ich! Ich muss kurz Wester ziehen! Ja, ja! Die rennen hinten nach raus! Einer down! Die Straße! Die Straße! Die Straße! Die Straße! Komm, komm! Ich brauche Leute! Die rennen runter! Hinter dir! Wir sind direkt hinter dir! Der Einer hat gar nix mehr! Hier ist noch einer in die Gasse reingerannt! Hier ist noch einer in die Gasse rein! Echt die Kreuzung! Weiß ich woher? Die Kreuzung! Die Kreuzung! Okay, dann gehen wir zurück, Jungs! Zurück! Kommt zurück, Jungs! Kommt zurück! Kommt zurück! Scheiße auf die Karre! Wir haben richtig viele weggemacht! Sehr gut! Pass mal auf! Kommt die da oben auf dem Dach! Ist ein Korb! Hier weißer Kleid! Ich hab bloß noch eine! Wo denn Dicke? Wo ist Dingen? 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 Go, 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 go! Go, go! Ah doch! Ich seh den Kopf! Bruder, soll ich Westen schnell holen? Brauchst du Westen, Bruder? Die da oben auf dem Dach ist denn? Ja! Soll ich schnell Westen holen? Ja, ich bleib hier, Digga! Ich bleib hier, Digga! Ich bleib hier, Digga! 5-0-0-5 schafft da! Könnt ihr Westen rausnehmen? Ich hab sieben Stück! 5-0-0-5! Ich komme eben zu dir, Sonny! Ich hab gar keine mehr! Kommt her! Kommt her! Ich hab ein paar geholt! 5-0-0-7! 5-0-0-5, Bruder! Ich hab mal eine genommene, Sonny! Mach das! Mach das! Begrüßt die jetzt hier! Hakan, Uwe, Gäaden, irgendwas, ne? Hallo, langsam! Einer! Eine Minute ist wendet! Danke dir, Sonny! Uwe ist tot! Kein Problem! Alles klar, dann! Zieht euch zumindest zurück! Hey, Sonny? Ja! Da sind die gut gedäufelt worden! Digga, ich hab original, ich schwöre auf mein Tod, 33 getötet! Ich war voll im Film! Ja, ich hab Safe! 4 Stück geholt! Liegt von uns noch jemand? Geht's euch gut? Volker, sorry, dass du laufen musstest! Alles gut, oder geht's euch gut? Geht's auch gut? Uns geht es soweit gut! Verkästchen die auch? Ich hab nur ein blaues Auge, sonst ist alles gut. Blaues Auge, was dagegen hilft? Noch ein blaues Auge, hab ich gehört. Ja, Sonny. Hakan. Ja. Ich hab dir was gesagt. Warum, was hast du denn Lust? Hakan, wo bist du? Auch nicht geschossen gerade. Hakan, du hast den größten Fehl. Hallo? Hakan! Hakan! Sonny? Er steigt einfahren. Okay, komm, 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 komm. Rammt ist weg, rammt ist LSPD-Fahrzeug, wer kommt? Hakan aus 1. Keine Bewegung, Endur. LSPD, kein Punkt, oder wer ist das? Ich fahr gerade selbst. Keiner, das ist Highway, das. Sie kommen mit, sie kommen mit. Keiner Punkt hier, einsteigen, einsteigen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Hier geht's ab, hier geht's ab, hier geht's ab. Steigen Sie ein, kommen Sie mit. Kannst du mich auf den Laufenden Hand nehmen? Polizei, siehst du die Polizei, Nikolai? Wir sehen das hier, Höhe Sandy-Schrottplatz. Höhe Sandy-Schrottplatz auf dem Highway. Was rammt ihr mich so weg, ja? Oh! Komm mal auf, mich wegzurammen, Mann! Ich bin Zivilist! Ich brauche Infos! Ölfabrik war das, fährst du da gerade hin, Tillu? Ja, 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 weiß. Wenn du sagst, dass ich hinkommen kann, komme ich hin. Ja, klar. Alle sofort herkommen. Wir stehen ausgeblattet. Oh, schnell! Wir sind alle drin! Ah! Ah! Was? Am besten nochmal! Was? Wir stehen jetzt mit 10 bis 15 Mal auf dem E-Werkdach. Heli in der Nähe. Heli in der Nähe. Ölfabrik? Heli ist es an der Ölfabrik. So 10 Streifen stehen jetzt am Eingang. Ah! Wenn ihr jetzt... Junge, die ballern wir weg, die Wichser! Wenn auch einer Weste erneuern wir mit Joints. Ihr kleinen Polizisten, legt ihr euch mit der Mafia an, dann knallt das. Dann klascht es aber kein Beifall, dass ihr bescheiden ist, okay? Passt auf, was ihr macht. Du, Frage. Ja, wir haben so viel Zeit nicht mehr. Die sammeln sich jetzt alle. Meine Punktlose ist, dass beides knallt. Wenn wir abhauen, werden die uns hier und wenn wir hier bleiben. Ganz ehrlich. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt zum MKZ. Moment. Machst du direkt mit sich aufkommen? Noch nichts. Sorry. Kein Problem. Dann tauch bitte unter. Auf keinen Fall Haupteingang. Parkplatz und dann raus. Oh, die fahren auf die Straße. Die wollen nicht abfahren. Jo, die fangen auf einen ab. Da kommen Medics. Schüsse! Medics? Ja, die fangen. 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 Scheiß Ratten. Digga, ey. Meine Nase. Mach die kalb, diese scheiß Drecksbrüllungschräfte. Sehr schön. Auf der Schiene durch. Hey! Hey! Ja, und ich muss... Nein! 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 Was war das? Nein! Jungs, wir haben ein ganz dickes Problem. Hilfe! Wo? 5-0-0-7! 5-0-0-7! Bitte! Ey! Jetzt ist... Scheiße! Wie viele? Donny, lauf, lauf, lauf! Pass 1, wo seid ihr? Bro! Oh! Oh! Schienen, eine mega Schießerei Ölverbot. Ah! Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Entschuldigung, ich bin da auf und wegen... Ja, alles gut, alles gut. Wir fahren gerade in deine Richtung. Ja, komm, schnell, komm, schnell, Jungs, bitte. Es ist brennt. Wo sind die anderen hier gebrochen? Wir splitten uns, viel zu krass gerade. Habt ihr Schienen gewonnen oder verloren? Gar nicht, oder? Soll ich die abholen? Sonny... 5-6-Kopf. Oh, shit, bro! Sonny, hol dich her. Geht bitte weg! Bro, ich bin im Gebüsch! Komm bitte her und holen Scheiße. Ich muss kurz... Ich... Du musst mich hier jetzt rausholen. Die sind mir ganz auf den Fersen, bitte, bitte. Bist du was? Ja, ja. Ach, es ist schon in Ordnung. Er kann ihn behalten. Es ist ein Geschenk. Komm, es ist offen, es ist offen, es ist offen, es ist offen. H brick. Mach auf! Ich bin nicht drin. Ach, es ist schon in Ordnung. Er kann ihn behalten. Es ist ein Geschenk. Mach die Scheiße auf! Mach die Scheiße auf! Mach die... Die ist anstepsch, okay? hinterekt. Mach auf, hier. Wir sind weg, wir sind Richtung Hafen, wo die ganzen Lager sind. Nikolai, mach diese Scheiß-Silze auf! Neben dem Benzen-Händler, neben dem AKW-Händler. Nikolai! Hier, wie viele leben denn noch? Es ist ein Geschenk. Schmack, schmack, schmack! Mach die Scheißdürme auf! Hallo! Okay, er gibt's nicht, aufhören zu schießen, aufhören zu schießen, er gibt's nicht. Nikos Ring ist zurück! Ich tick ab, Bruder! Er ist ein Geschenk. Wo denn? Achso, du hast dich verarztet. Achso. Ja, warte. Wer? 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 Wer?